Perakill Bastion Ich beschütze die Unwürde Oh, geht schon los, da Hans, take healer Denkt an euer Training und wir sollten keine Probleme bekommen Geht doch mal mit gutem Beispiel voran, Hans So wie man es eigentlich gelernt hat, in der Schule, von der Erziehung Mach es doch vor, vielleicht macht es irgendjemand nach Spielstunde für die Kinder ist vorbei, deswegen schalten wir jetzt alle komplett Spiel draus Spiel ist nicht gesund Sowieso diese ekelhaften Ballerspiele immer Schlecht für den Charakter Da wird man aggressiv, du Arschloch Schlecht 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 chirping Schlecht 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 hier kriegt ein schild schon runter sehr schön habe ich auf jeden fall mitgeholfen zu erledigen das ist schon mal ein anfang da komme ich nicht beinahe hallo das sucht noch mutter sterben nicht so jetzt bin ich drin anschauen was man von hier aus anrichten das ist eure gerechte strafe verdammt hey so spieler und zwar dein zu die hochgefahren Farah, kill Bastion. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Heute bin ich zum Vorschluch. Ich beschütze die Unschuldigen. Das sind ja alles nur Irre und Freaks hier. Großartig. Das ist unglaublich. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich bin sprachlos. Ich muss meinen fucking Job machen. Okay, klar. Es ist unglaublich. Denen ist nicht klar, dass ich nicht alleine rein rennen kann. Aber hey, was soll's. Ich kann mich auch zurücklehnen und einfach zuschauen. Kann ich auch machen. Macht mir nichts aus. Das ist mein Job, ne? Und ihr lasst Genji einfach reinlaufen. Klar. Das ist mein Job, ne? Und ihr lasst Genji einfach reinlaufen. Klar. Es ist unglaublich, ehrlich. Ich bruche Heilung. Ich bin mir der Marschle. Wende drei skull. Ich brauch die Situation eines Borers zu müssen. Okay, gut gemacht. es ist unglaublich die sollten eigentlich gerade reinlassen der Genji ehrlich Was du kannst? Unterdrückungsfeier! Das ist eure gerechte Strafe! Ich spiele immer nur mit dummen Köpfe. Unterdrückungsfeier! Leider, Leider, Leider! Jetzt gibt es eine Abkühlung! Knapp 60 Sekunden! Knapp 60 Sekunden! Wieder voll einsatzbereit! Schaut! Ja, so seht ihr alle, ne? Ich seh einen Spieler! Du bist ein Spieler, Leider! Du bist ein Spieler, Leider! Du bist so sehr! Du bist so! Du bist so sehr! Nach zehn Sekunden! Du bist so sehr! Ich bin so sehr! Ich bin so! Nein, Spieler! Killstreak! Der Weger kein Kill! Ihr scheiß Ficker! Ich muss den Dampf ablassen, ehrlich! Es geht nicht an uns. Hier überall Goldmedaille! Schaut euch das an! Und ich soll meinen scheiß Job machen. Was ist jetzt los? Hey! Vier Goldmedaille, und ich mach nix, ne, ist klar. Oh Gott. Ich muss meinen scheiß Job machen, Alter. Message. Warum? Tut mir das an. Nee, das kann ja nicht sein, dass das an mir liegt, oder? Oh, natürlich. Ich seh's in den Kommentaren. Liegt an mir. Oh, das ist mir scheißegal. So. Wir öffnen mal wieder eine Lootbox. Juhu. Cash. 150. Sehr schön. Junkrat spiele ich sowieso nicht. Was können wir denn da jetzt ausrüsten? Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Dann besser Tracer. Vielleicht sollten wir mal die Tracer-Spiele. Oh, es geht schon los. Sehr schön. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Weil ich ja meinen scheiß Job machen soll als Fahrer, deswegen. Noch einmal. Aber, seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Jeder hackt jetzt auf mir rum, ne? Ich soll meine Drecksarbeit machen und, hey, ich hab' den Video bewegt, ne? Ich beschütze die Unschuldigen. Und ich hatte so viele Goldmedaillen und ich hab', ich geb' zu, ich bin nicht der Beste. Hm? Vielleicht bin ich sogar echt scheiße, aber warum? Wenn ich so schlecht bin, warum hab' ich dann alle Goldmedaillen? Das heißt, ja, dass wenn ich ein Kack-Boo bin, das sind die anderen alle, was soll ich sagen, Kack-Booens. Und zwar die schlimmsten Kack-Booens aller Zeiten, ne? Die gibt's noch gar nicht. 30 Sekunden erwartet. Kann doch nicht mich kritisieren und ich hab' alle Goldmedaillen in der Tasche. Alle Regler auf Anschlag. Das passt doch nicht. Naja. Ja. Egal. Oh ja, Taco, das wär' cool. Mal schauen, wie's jetzt wird. 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Ich bin euer Schwester. Halten Sie die Fracht auf. Unterdrückungsfeier! Ich hab' irgendeinen getötet, das ist schon mal ein guter Anfang. Und weder ein. Ich muss aufhören an die Wand zu schießen. Ich hab' den Boden. Ich muss was nicht hier. Naja, Heldschnurbel, komm mal. Sackes Gesicht. Na du auch hier! Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eure Mutter geil. Haha! Haha! Schade! 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 Anso will mich jetzt endlich so ok. Wo gibt's ne Heilung? Genau das lasse ich jetzt gebracht. Das war's für heute. ja der ist also gar nicht so schlecht und es war sich in sofern sagt es nicht nur Mew. Das ist ein tolles Team jetzt. Ah, schade. Ich hab gedacht, ich krieg den noch. Na, kann so ein Luckshot wieder? Nur noch ein paar Sekunden. Ich brauche dich jetzt nicht im Stich. Ich laufe so schnell ich kann. Endlich, das tut so gut, Leute. Ich sag's euch, das tut so gut. Punkt der Stand. 0 zu 0. Seitenwechsel. Hammer. Well played, ja. Macht du was? Machen Sie sich bereit zum Einsatz? Gut. Hey, ich kann mir schon vorstellen, warum die vorhin alles so geputzt hat, ne? Report your service. Ja, genau. Seht ihr, das ist die richtige Einstellung, Leute. Nicht so gejammer und gemeckert. Klar, mach ich ja auch ein Mikro, aber ich mach das nochmal nicht öffnet im Chat. Das macht man nicht. So. Ich beschütze die Unschuldigen. Klockenspiel. Ja. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampfeinsatz. Jawoll. Was ist das? Oh Gott, ey. Aha, das F ist da, okay. Jutendach. Guten Tag. Hi. Hallo. Hallo. Verbindlichsten Dank. Verstanden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Andere beginnt. Transportieren Sie die Wacht zu ihrem Ziel. Ups. Ach, kann so ein Luckshot wieder, ey. Ich spiele auch weiter im Tor, wenn es weitergeht. Na, na, na. Wer ist mal zurück mit euch Vögel hier. Scheiben und Dopp. Böschchen down. Zurück. Versuch's. Versuch's. So gut die Ziele kann. Wahrscheinlich schlecht. Ja, wir versuch's trotzdem. Afer. Afer Pissmine. Afer Pissmine. Das ist eure gerechte Strafe. Ja, verdammt. Hab ich zu schwer gesehen. Jawoll. Hä? Rücker Pissmine. Tricks. Ach. Hier ist taffальных Wasch. Oh. Off. Ach. Ah. Zu Null. Jetzt gibt's auch nur mal ne Runde, oder was? Sieh! Highlights des Matches Ich hab dich im WC. Wie weit geht's ab? Episch! Hammer! Ach, schön. Das tut gut. Erstes Sieg des Tages! Ich hab dich im Arsch, Leute. Es sieht so erformlich aus. Ehrlich, ich glaub's gar nicht. Okay, macht aber nix. Ich hoffe, trotz meines Gemeckers euch hat's wieder gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Wenn dem nicht so ist, von mir sagen Daumen nach unten. Ihr wisst ja, es ist mir egal. Daumen nach oben ist immer besser. Und für mehr, drückt, 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 drückt den Abo-Button. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ja, lasst euch nicht ärgern. Blockiert die Leute so wie ich. Ganz einfach. So, jetzt bin ich weg. Ciao. Adios. Wir sind Mitgefühl. Wir sind Entschloffenheit. Wir sind Harmonie. Wir sind Overwatch.